Borussia Dortmund und der 1. FC Köln haben ja beide bei einer recht zeitgleichen Analyse darüber diskutiert, ob man mit dem jetzigen Trainer weitermacht. Der FC kam zu der Erkenntnis, Steffen Baumgart zu entlassen, während der BVB mit Edin Terzic vorerst mal weitermachen möchte. Dennoch habe ich mir natürlich mal so Gedanken gemacht, was wären denn mögliche Alternativen für den BVB auf der Trainerposition gewesen. Steffen Baumgart ist jetzt natürlich frei, ist dementsprechend eine Option und ich weiß, das Ganze ist natürlich schon ein Hot Take, aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, kamen mir immer mehr Aspekte in den Kopf, die eigentlich dafür sprachen, dass das Ganze ganz gut passen würde und relativ wenige, die dagegen gesprochen haben. Und genau darüber möchte ich heute mal so ein bisschen sprechen, warum Steffen Baumgart für den BVB ein guter Trainer gewesen wäre bzw. wäre, wer weiß, was in der Zukunft kommt. Aber ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit einem nicht unbedingt sportlichen Grund, dazu kommen wir dann später noch ausführlich. Und da ist natürlich der Aspekt, dass er nicht wirklich Deutsch spricht, der bei Köln schon das ein oder andere Mal kritisiert wurde, dass man vielleicht nicht unbedingt ausländische Spieler holen kann. Ist schon auch passiert, es ist jetzt nicht so, dass er überhaupt nicht Englisch spricht und dass er überhaupt nur deutsche Spieler spielen lässt. Aber wenn man das mal auf dem BVB anwendet, wäre das überhaupt kein Ausschlusskriterium. Und vor allem im Vergleich zu anderen Vereinen beim BVB wirklich weniger dramatisch, da ja, wenn man auf die Transferpolitik bei Dortmund schaut, in letzter Zeit eigentlich fast nur deutsche Spieler oder halt eben Bundesligaspieler gekauft wurden, die halt eben auch dementsprechend größtenteils Deutsch sprechen. Also daher passt der aktuelle Kader schon mal zu ihm, also zumindest auf der Ebene und auch der zukünftige Kader, wenn man eben diese Transferpolitik fortführen sollte, was man dann wahrscheinlich auch machen würde, wenn das Szenario eintreten würde. Was hier aber natürlich nur ein fiktives Szenario ist, dann wäre wahrscheinlich Kehl noch der Sportdirektor. Auch wenn generell die Transferpolitik auch von mir recht kritisch betrachtet wird, weil man sich da so ein bisschen andere Chancen verbaut. Aus dem Ausland gibt es halt einfach viel mehr Optionen, attraktivere Spieler, vor allem auch Talente. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Machen wir weiter, was Steffen Baumgart betrifft. So ist er für mich, wenn wir jetzt mal zum sportlichen Übergehen, auf jeden Fall taktisch versierter, wie man denkt. Also im Vergleich zu Terzic finde ich ihn da doch deutlich besser. Terzic, da weiß ich nicht unbedingt, was seine Spielidee ist. Teilweise hat er ganz gute Matchpläne vom Beginn an, aber im Ingame-Management ist er jetzt nicht unbedingt der Beste. Da finde ich Baumgart dann doch noch besser. Klar ist er natürlich auch schon erfahrener, aber ich finde seine Ansätze doch noch deutlich besser. Auch besser, wie man eigentlich denkt von ihm. Da glaubt man ja schon eher, ja das ist so ein Trainer in der Kategorie Svensson oder Fischer, die jetzt rein defensiven Fußball spielen lassen und mit dem Ball eher limitiert sind. Da finde ich Köln war unter ihm schon nochmal besser. Beziehungsweise generell die Mannschaften, die unter ihm gespielt haben. Gut, allzu viel waren es jetzt nicht unbedingt. Zeugt aber auch von einer gewissen Loyalität. Bei Paderborn zum Beispiel hat er, wie ich finde, einen sehr attraktiven Fußball spielen lassen, der aber auch erfolgreich war. Ich muss es jetzt nicht allzu lang ausführen. Man weiß ja, was da passiert ist. Aufstieg aus der dritten in die zweite, in die erste Liga. Dann auch wieder Abstieg. Aber selbst in der ersten hat man für die Möglichkeiten, die man hatte, die sehr limitiert waren, wie ich finde, auch viel rausgeholt. Gut, guten Fußball spielen lassen, auch wenn es dann am Ende recht klar nicht gereicht hat. Außerdem, um auch nochmal den Punkt zu unterstreichen, dass ich ihn taktisch auf einem ganz anderen Level wie einen Terzic sehe, hat er bei Köln auch das öfteren letzte Saison in einem Dreiraut 3 spielen lassen, was ja generell eine sehr angesagte Formation mittlerweile ist. Auch von Guardiola beispielsweise im Champions-League-Finale genutzt wurde, dass man einfach die verschiedenen Korridore auf dem Platz gut besetzt. Die Halbräume, das Zentrum, aber auch die Breite. Und da ist er auch flexibel. Hat er mit Hector beispielsweise ihn auch mal als inversen Außenverteidiger spielen lassen. Das zeigt er einfach von einer taktischen Flexibilität und Variabilität. Ist eigentlich das Gleiche, aber ich habe jetzt einfach zwei Wörter gesagt. Machen wir weiter. Beziehungsweise zu dem Punkt mit den inversen Außenverteidiger noch, wenn man das auf den Dortmund-Kader projiziert, dann könnte man da einen Benze Baini eigentlich ganz gut einsetzen. Und es würde ihm als Spielertyp, glaube ich, nochmal deutlich besser zugutekommen, wie wenn er die Breite besetzen muss beim BVB, was nicht ideal ist für ihn als Spieler. Da gefällt er mir beispielsweise in einem Dreieraufbau besser, was er auch teilweise gespielt hat beim BVB, aber halt auch viel zu selten. Aber vor allem inverse im Mittelfeld könnte er, glaube ich, echt nochmal bessere Leistungen zeigen. Und vor allem im Zusammenspiel mit einem Baino Giddens wäre das wirklich ideal, weil der ist perfekt dafür, die Breite zu besetzen. Und wenn Benze Baini dann inverse ist, dann macht man einfach die Passwege zu ihm auf. Der ist dann außen, kann ins Eins gegen Eins gehen, wenn er isoliert wird. Also das wäre wirklich so eine Dynamik, die ich mir deutlich mehr wünsche. Und der Terzic nicht so oft der Fall ist, was ich aber einem Baumgart beispielsweise definitiv zutrauen würde. Zudem hat er auch gegen Ende der letzten Saison, auch Anfang der Saison, den Torwart vermehrt im Aufbauspiel mit einbezogen. Da oft einen Dreieraufbau gemacht mit dem Torwart zwischen den zwei Innenverteidiger. Dadurch kann man dann eben einen Mann wieder weiter vorschieben und hat da dann eine Überzahl, je nachdem. Also da ist er auch flexibel. Gerade beim BVB passiert mir das noch zu selten. Schwäbe hat das bei Köln gut gemacht. Kobel ist jetzt nicht unbedingt der Beste dafür, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich ihm das überhaupt nicht zutrauen würde. Das könnte man da auf jeden Fall auch umsetzen. Des Weiteren könnte er auch einen Doppelsturm implementieren, was meiner Meinung nach wirklich gut wäre für den Kader. Denn da würde gerade ein Moukoko neben einem Füllkrug profitieren, was die Spielzeit angeht. Aber auch Malen oder Adeyemi könnte das helfen, die ja plötzlich aufgrund der guten Rückrunde als Flügelspieler angesehen wurden, aber halt trotzdem gelernte Stürmer sind, aus dem Zentrum kommen und für eine Doppelspitze eigentlich prädestiniert sind von ihrem Spielertyp und dem Profil, was sie mitbringen. Baumgart hat auch schon mit einem Özcan zum Beispiel zusammengearbeitet. Can hingegen könnte er mal zeigen, wie er die Rolle richtig ausübt, wenn er sich wieder mal zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und da teilweise die Passwege blockiert, was überhaupt nicht optimal ist. Also da hat ihn Terzic nicht wirklich gut eingestellt. Aber hingegen bei Köln hat Skiri die Rolle extrem gut ausgeübt. Daher könnte Baumgart ihm da mal zeigen, wie das wirklich funktioniert. Oder er nutzt halt eben den Torwart für einen Dreieraufbau. Da ist er natürlich flexibel, aber ich glaube, da könnte man noch mal mehr Struktur reinbringen, wie es aktuell der Fall ist. Zudem würde er dem BVB wieder eine klare Identität geben, denn eigentlich ist man ja für hohes Pressing bekannt gewesen. Klar, das war noch unter Klopp damals. Heutzutage ist man katastrophal im Pressing unter Terzic. Selbst wenn man mal hoch drauf geht, obwohl das Spielermaterial eigentlich ideal für ein Pressingsystem ist, mit guten Anläufern vorne, unter anderem Vöhlkrug, vielen Mittelfeldspielern, deren Stärke nicht unbedingt das tiefe Verteidigen ist und bis auf Hummels auch relativ schnelle Verteidiger für eine hohe Linie. Baumgart war in seiner Anfangszeit bei Köln, die auch deutlich erfolgreicher war wie aktuell, für ein hohes und gutes Pressing und vor allem eine sehr intensive Spielweise bekannt. Ich glaube nicht, dass er die sofort implementieren könnte. Das bräuchte schon so ein bisschen Anlaufzeit, aber mit einer Vorbereitung im Winter oder Sommer wäre das definitiv mal interessant zu sehen gewesen. Aber der BVB hat sich jetzt erstmal weiter für Terzic entschieden. Vielleicht wäre Baumgart nicht die ideale Besetzung für den Dortmunder Trainerposten, aber wie ich finde, aus genannten Gründen deutlich besser wie Edin Terzic. Das soweit mal mein Take zur Trainersituation bei Dortmund. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ist schon ein bisschen sehr hot, aber schreibt es gerne unten rein. Falls es euch dennoch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.